Brihaspati Asana, die Stellung des Brihaspati einfacher Variation. Ausgangsposition ist der Langsitz, mit beiden Beiden nach vorne gestreckt. Von hier beuge das rechte Knie und halte das Knie vorne. Dann beuge das linke Knie und gib den linken Fuß neben das rechte Gesäß. Dann kannst du die Hände auf das Knie geben, das linke Knie und schaue dann zur Nasenspitze hin und schließe die Augen. So bist du in der Brihaspati Stellung. Brihaspati war ein großer Yogameister. Brihaspati ist auch die Bezeichnung des Jupiter. Brihaspati gilt auch als der Urguru. Und in dieser Stellung kannst du dir vorstellen, dass du dich öffnen willst für göttliche Führung.